Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von iMail App. Viele von euch kennen uns bestimmt schon, aber für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind ein YouTube-Kanal, bei dem es nur über Technik, speziell über Apple geht. Wir machen App Reviews, Unboxings, stellen verschiedenste Produkte vor und teilen euch natürlich auch die neuesten Apple News mit. Natürlich kommt auch Samsung und Co. nicht zu kurz. Ich hoffe, der kurze Kanaltrailer hat euch gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr weiter zu unseren Videos vorbeischaut und uns auch auf den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook und Google Plus unterstützt. Natürlich könnt ihr die Videos auch bewerten, würden wir uns sehr darüber freuen und bis dann!